Hallo, wir sind die Reisegruppe Hessig und wir fahren zum Roald-Abo-Goku-Breitenberg-Basketball-Turnier. Ich zeige euch ganz kurz mein neues Auto, Leute. Ich habe mir eine Hyundai i20 gezogen. Mega die geile Karre. Yo, Bro! Ey, kannst du nicht laufen oder warum bist du so ein Stück Scheiße? Guck mal, da vorne geht Danergy. Boah, Digger, diese Zoom-Funktion brach. Ja, Junge. Je, 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 ha! Aaaaaaah! Der muss drauf sein, der muss drauf sein. Okay, okay. Hör mal auf. Oh, das ist ein Maul, Junge. Digger, stabil, hä? Hey, pack mal bitte den Fußball weg. Das ist eine Basketballhalle. Hey, Jungs, bitte, auch du, Tom, Tom, den Fußball bitte weg. Leon, Leon, hey. Guck mal, wir haben uns jetzt kurz dazu entschlossen, einfach nochmal eine kleine Bankdrisch-Challenge zu machen. 2, 2, 9. Der geht immer 80, das geht noch. Guck mal, aber 80 ist vorbei. 1, 2, 1. Komm, 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 komm. Schafft er! Komm, 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 komm! Junge, da ist er! Ja, du schlechtest mein Anfänger. Oh, machst du öfters oder was, hä? Ja, der ist auch Stoff, das sieht man. Sag mal dein Cycle, sag mal dein Cycle, Bro. Dein Cycle. Äh, ich hab nicht, ich hab nicht. Ja, okay, Digga. Guck mal, wir haben jetzt gesagt, okay, wir gehen noch Late Night in die Sauna, wir haben das ganze Hotel für uns. Der Typ, ich schwör, der hat den ganzen Tag nicht gefilmt. Er kommt jetzt an, wo es heißt, wir gehen in die Sauna und filmt. Das ist doch seltsam, oder? Sag jetzt, wie seltsam es ist. Gibt's jetzt Gangway? Oh, clean, Mann! Ey! Es ist 2 Uhr nachts, Mann! Ey! 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 Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Merle! Happy Birthday to you! Hey Jungs, das ist die falsche Sportart, ne? Wir spielen noch Basketball, Jungs. Abo Goku, Mr. Bitcoin. Merder, Merder, ich bin Mr. Bitcoin. Guck immer deine Streams, ey. Echt, jetzt? Ja, wirklich. Bruder, dein JBG, ich schwöre, krankes Album, wirklich. Ja, Leute, was geht ab? Heute gibt's den Dreier mit Basketball. Ey, so geil. Oh, Matt hat einfach Torwart-Handschuhe an, ich kann das nicht. Ey, Bro, guck mal, oh, Matt hat Torwart-Handschuhe an, siehst du? Warum? Ja, warum? Ja, weil er dumm ist, Digga, weil er dumm ist. Defens! 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 Was sagen die? Defens? Was ist Defens? Verteidigung? Verteidigung? Towers in Defens? Glaube auch. Keine Ahnung von Sport. Ich glaub, Abo Goku hat zwei 27 Diamanten übersehen. Sieht man mir das an, dass ich nicht so viel mit Sport zu tun hab? Nö. Hugo, kannst du Basketball? Hugo! 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 Da ist Hugo. Ey, ich hab deine Pizza probiert. Oh, ist lecker. Danke. Wo kann man die kaufen? In 20 Städten. Auch in Köln? Ja, natürlich, Köln ist voll. Ganz viele Läder haben wir, ja? Na, ist ja auch gar nicht. Der geht mir so extrem auf den Sandmann. Ich bist für meinen Vlog? Ey, du bist wieder hingefallen. Ja. Hast dir wieder Will getan, ne? Nö. So ein Stück Scheiße. Als ein Maul. Wo bist du hingefallen, ne? Auf meinem Fuß. Ja, und was ist mit deinem Fuß? Ja, da ist jemand draufgekriegt. Und jetzt ist es kaputt? Nein. Operation? Nein. Nie wieder Sport? Ja? Digga, du bist 17, warum hast du solche Nägel? Opa, die sind abgebrochen. Hä? Wie Nägel. Du bist so Crack, wirklich. Hä? Geh mal bitte, ich geh ab in Tugo. Ah, bitte kann ich mich hinsetzen, mal bald durch zu behen. Let's Hugo lässt Behinderten nicht sitzen, schreibt sie in die Presse. Let's Hugo lässt einen Mann mit Einschränkung nicht sitzen, schreibt sie überall auf. Vita Vait! Vita Vait! Vita Vait! Merle! Hugo! Merle, ihr drei. Guckt mal beide. Einmal küssen, bitte. Ey, guck mal. Eben habt ihr euch noch geküsst. Digga, was ist das? Ja, ja. Hey, küsst euch doch jetzt mal. Hugo, du hast hier noch einen Lippenschnitt, bitte. Hugo. Oh, guck mal hier. Ja, Toilette eben, ne? Ihr Dreck. Guck mal, 50 Frauen gegen Wink. Warum? Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ja, dann machen wir zwei. Knossi von Seven West Wild, ey, krass. Bist du der Echte, oder? Können wir ein Foto kurz machen? Ja, dann halt nicht, du Wink. Cool Foto Furch beating mit Jochen gerade. Wal- reh, krass bei ihr. 100ma XY wie historische Gä feminier schnellen ja missisch. Hole- ja, man ist dasiają meine M– flags Har Mehr Они auch auf die links. Eben und die Mw wie Hosen war's.